Hallo und herzlich willkommen zurück! Wie ihr seht, sind wir noch in der Nerv-Teil-Verwerden-Fabrik in der Forza-Negi-Shield. Oh. Und ich springe direkt in ein Laser rein, das kommt wieder mal sehr gut. Aber ich will euch das gefühlte Special-Game-Day bieten, was wir bei der planetaren Katastrophe immer haben. So weit ich mich jetzt recht erinnere, ich war da noch ein Schnitt. Ich bin ja noch lange fertig mit der 3-2-Tank-Berb fest. Aber ich will jetzt die Audio schon mal zufrieden für mich. Ich hoffe, ich fang übrigens auch. Ich spiele einfach. Wie ein Einrollenspiel. Ich fäng' ich meine Machtplätze. Haube, aber jetzt bin ich über ihnen hier. Wieso hab ich das damals gemacht? Jetzt geht das wieder los. Dann checke ich ja wieder nicht, wie es geht. Oh. Aber wir haben das... Ja, da sollte man nicht gegenrennen. Wie ihr gesehen habt, ihr wisst dann, das passiert auch jetzt. Nee. Boah, ich verschecke den Mist wieder. Ich wusste, dass es passieren würde. Ja, das passiert wie jedes Mal. Aber hey, immerhin finden wir noch einen Hunde und vorne. Man muss das da hinten rausziehen. Tut mir echt leid. Es fiel mir gerade... Wie die Schub voll in den Arm. So, ja. Ich bin schon. Und das macht's nach dem Arm. Und es macht's nach den Arm... So, wie man es ist. Tja, ein stationäres Geschütz bringt dir bei mir nicht viel. Huhuhu. Huhuhu. Ich möchte einen Sturmköpfe. Ähm, ein K cent? Au. Au. Das ist das. Ich hab doch da was gesehen. Okay. Oder hab ich die Macht geblendet? Okay. Wenn wir das vorhin fangen. Oh, ich hab das was anderes tun, das wir jetzt überhaupt nicht mehr brauchen. Ah, aber guck mal da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Holokon nur sehe. Ich bitte Verzeihung, falls ihm so ist. Oh, das ist perfekt. Wenn Kota kommt. Wollen wir noch Kota Mai durch seinen Trashcode verpassen. Ach so, ich nicht. Weil... Oh. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperialer an und Vader schickt einen Jungen? Und das schätz mich nicht, Freundchen. Ich zeig dir gleich mal hier, was hier ein Junge ist, alter Mann. Ich wollte jetzt einfach mal sagen. Au. Hab ich gerade gestoßen? Weil ich so vor Macht überströhe. Ja, Kota. Das fängt ja super an. Mit dem. Hat Reda dich gar nichts gelernt? Wieso? Ich schleudere dich rum wie in einem Handpuck über den Freund. Du hast noch viel über die Macht zu lernen. Ja, auf jeden Fall weiß ich mehr über sie als du. Du bist stärker als ich dachte. Doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche, Lord Vader, zurück. Über zwei. Ich will das nicht tun, Junge. Du tust es aber. Meutchen? Du bist mir zu einfach. Leg dein Lichtschwert weg, Junge. Zwing mich nicht, dich zu vernichten, Junge. Oh, er hat mich getroffen. Oh, oh, was hat er von? Au. Den Scheiß kann ich auch nicht nehmen. Wollte auch mal angeben, so wie er. Du bist hier Sith-Dreck. Oh, du bist Jedi-Dreck. Ich bin Sith-Dreck. I- Oh, nein, Fail! Ich hasse das. Es gibt halt weniger LP, aber immerhin. Nein! Tja! Oh, ich habe fünf Holocons vergessen! Oh, Mann! So, hier seht ihr aber die Schöne Statistiken. Ordinell 1. Meister Kota ist tot? Ja. Sein Lichtschwert! Meine Spione haben noch einen Jedi gefunden. Kastanparatus ist viel stärker als du. Ich erwarte nicht, dass du überlebst. Solltest du ihn vernichten, bist du deiner Bestimmung ein Stück näher. Der Imperator? Ja. Nur gemeinsam können wir ihn besiegen. Ich werde euch nicht enttäuschen, mein Meister. Unglaublich. Das sieht aus wie der Jedi-Tempel auf Korosan. Proxy, registrierst du irgendwelche Kommunikation? Zu viel zum Entziffern. Zu viel zum Entziffern. Ich höre tausende Droiden, die sich alle einander zurufen. Wir gehen Droiden zum Sterben hin. Setzt uns so nah an dem Ding ab, wie es geht. Das mache ich. Aber es gibt nicht viele Lichtungen. Ihr müsst den Tempel zu Fuß aufsuchen. Ich kehre auf eine niedrige Umlaufbahn zurück. Die Scanner zeigen an, dass ihr einen Weg durch den großen Hyperantriebskern finden müsst. Wenn ihr drüben seid, solltet ihr den Schrott-Tempel erreichen können. Viel Glück. Mhm, ich brauche aber kein Glück. Wie dem auch sei. Jetzt finden wir die Rücken ab. Oh ja, ich weiß wieder, wo es geht. Aber ich kann doch gar keine Machtwitze. Doch, jetzt kann ich sie übrigens. Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantriebskern zu gelangen. Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt? Ja, habe ich doch gerade gemacht, wie du gesehen hast. Eclipse. Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann das. Weg. Ich weiß aber... Oh, ein Freund anbruchte sein. Es geht um ihn. Ja. Was habt ihr denn davon? Ich empfange Bruchstücke rhodianischer Kommunikation. Ihr nähert euch einer Art Bergungsoperation. Ich kümmere mich darum. Oh, hier ist voller Grafik. Ich kümmere Krüte. Und ich bitte um Verzeihung, was ich hier gerade verblendet habe. Weil sie mich so sehen lassen. Aber der Grafik-Bug hat mich voll irritiert. Das ist das, was wir tun. Und ich kann es nicht mehr ankommen machen. Wie sie gehen. Als ihr hier nachher seid. Der Grafik ist ein kleineres Mindergarten. Der Grafik geht um ihn zu nutzen. Und ich kann es dann auch wieder rein. Ich glaube, wir sollen wieder auf die Schiffe zu schlafen, oh oh, und nicht ganz gut, ja. Blöde Rodiana. Gut, das war um diese Blöd-Familie, die einfach um Feuerhubsen. Diese Grafik wachsen gerade durch, boah. Aber das Spiel hat meine Freundin nicht über die Macht gezählt. Boah, jetzt krieg ich hier ne Krise. Ja, das wird schwer. Oh, heist, heist, heist. Nein, nein, nein. Hm. Boah. 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 Ja, das ist vielleicht schon mal ein bisschen zielerversprechend im Abflanz. Wir sind übrigens auf der Jagd nach Kaspern Parathu, wenn ja, ist täuscht. Der Typ denkt zwar, er ist der Oberjedi, baut sich einfach mal ein Tempel. Aber er hält sich nicht für einen Jedi. Was ist denn, oder? Das ist sie. Genau das war ich eigentlich ursprünglich. Oh, ich bin falsch gesprungen. Sorry, ich hatte gerade was. Oh, oh, oh. Alter, ich sterbe hier tatsächlich noch. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das ist Dummheit geschuldet. Bitte verzeiht es mir. Oh nein. Nein. Das ist normal machen. Weil ich doof bin. Ja, ich strafen muss. Nein. Ihr werdet einen Weg finden müssen, um durch den Hyperantriebscar zu gelangen. Ist dort irgendetwas, woraus ihr einen behelfsmäßigen Sprengsatz machen könnt? Bitte um Verzeihung, meine Katze ist gerade auf den Tisch gesprungen. Es tut mir echt leid, wenn sie den wollen wollen. Aber ihr wisst ja, wie sie wissen. Ein wildes Tier kann man nicht sehen. Nämlich bei der Eingrafe. Ich empfange Bruchstücke rhodianischer Kommunikation. Geniert euch eine Art Bergungsoperation. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ham. Ham, ham, ham. Diese Grafenback ist echt irritierend. Ich kann mich etwas das nicht sagen. Ich meine meine Kriterien anbietern. Ich werde mich etwas kreisen. Hey. Hey. Es gibt noch eine Kriterie. Die beste Moment wird sein, wenn ich versuche, den... Ach, ihr werdet es dann sehen. Ihr werdet Freude mit mir haben. Das ist aber noch nicht in dem Level. Das ist noch lange in der Zeit. Ich habe nämlich einen Mach-Bilder. Also hier noch. Oh, Conchita, wo ist... Was geht das hier los? Oh, das ist voll heiß. Ah, mein Gott. Oh, ja, ja, jetzt kriegen wir Unverwundbarkeit. Oh, ja... Ich bin total schlau. Oh, du... Oh, weg. Einfach nur weg. Au, au, au. Sonst sehe ich hier keinen Problem von. Ah, perfekt, dann haben wir den Bonus gegeben. Ich bin gerade dran vorbeigebauten. Wie man sieht, Eclipse hatte mich echt sehr gebraucht. Eclipse ein Starkiller. Uns wird viel Aktivität hinter dem Hyperantriebskern angezeigt. Ja, ich bin gerade dran vorbeigebauten. Wie man sieht, Eclipse hatte mich echt sehr gebrauchten gewesen. Oh ja! Störbt, kleiner Stark. Ja, den hab ich gebrötet. Wer sich besser verdient hat, der wollte mich nicht überrauben. Die haben auch so meine Machtplitze eins andere als gefasst. Aber für Jawas reichen sie. Ich sterbe immer so im Fake-World, dass ich fast lache so. Obwohl ich Jawas eigentlich cool finde. Ich denke, das kann ich auch blitzbar machen. Und ein Level-A. Level-A. Ah! Ah! Ähm, warum? Nein. Ich bin zu weit. Ah ja. Ach, egal. Probieren wir mal was anderes. Ihr kennt es ja schon aus Ulti-Public. Wenn ich zeigen soll, wie gut ich springen kann, mache ich es eins aber nicht. Jetzt bin ich aber überlegen. Oh, blitz. Zack. Ja. Sieht gut. Ah, nein. Ich freue mich schon auf ein anderes Level. Wenn ich da versuche, alles zu holen. Das ist nicht wunderbar, warum. Das kriegt auch noch Ulti-Public. Da kann man auch drauf verzichten. Ja. Prinzipiell könnte man das verzichten aus dem Ulti-Public. Aber. Es gibt auch noch Kostüme und Lichtschwertkostalle in diesen Dingen. Sind die hier nicht zu verachtet. Äy, jetzt meint kein Machtschuh. Es ist unglaublich, was ich hier gerade verpüziere. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Ja, ja, das Spielmop bin ich. Naaaaaah! Menno! Aaaaaaah! Ich hasse mich! Ich hasse mich! Aaaaaaah! Nicht wirklich! Ich mag nur das gerade nicht. Na, das war jetzt ein bisschen überall frech. Ja, wie ihr seht, ich weiß ungefähr wo man landen muss, aber es zu machen ist quasi jetzt noch ein bisschen. Boah, beinahe ich ja drüber überziehen ausgeschossen, das hätten wir jetzt auch schon von einer Minute haben können. Aber was will ich jetzt hier? Das ist die andere Frage. Boah! Äh! Tja, jetzt bin ich nur überfragt, aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, wie ich hier weiterkomme. Wichtig, dass ich mir weiterkomme. Ja, schau! Das ist das. Das ist das. Das ist das.